Hallo Leute, Yoshi hier. Und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zocken wir Skywars. Kein Wunder also, dass sich alle fragen, wo denn das Pipi hin ist. Und mit wir habe ich natürlich den lieben Mace gemeint. Falls ihr euch auch vielleicht fragt, was das für ein Pack ist, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Hier, der geht tot. Er ist tot. Er ist tot. Nein! 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 Nein, Yoshi! Für die, die sich vielleicht doch wundern, wieso ich nur 988 Coins hatte. Ich hatte vorher schon eine Aufnahme. Nur, da gab es ein kleines Problem. Und zwar habe ich den Ordner unbenannt, in dem ich diese Videos hier speichere. Dann möchte OBS natürlich wissen, wie der Ordner heißt. Horsen geht es, ich schlauze! Schlauze! Und zwar? Ich hab den Komm da runter, ey, komm da mal runter, ey, bitte sterben, er hängt in der Luft, uuund, ja, komm her, legit-combo und freund, ja, nein, okay, den hier hole ich mir, bitte, bitte, vor der andere kommt, nice, nice, hey, du, ja, 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 nein, ja, und, ich geh drauf, ich geh drauf und es war vielleicht nicht ganz so schlau, ich geh wieder zurück, komm zurück, wenn du kannst, äh, von denen hab ich, ich geh, ich komm, ich bin da, ah, die anderen hab ich auch, ah, digga, backe Block, oh mein Gott, nice, welcher Block war, Oh mein Gott, er hat sie hier versteckt, aber, ich bekomm ihn, oder, bitte, Nein, doch, nice, ja, ja, nice, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn ja, dann lasst gerne eine positive Bewertung da und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, ciao, Ciao!